ARD Text im Auftrag von Funk Ich glaube, wie die sich echt übergibt Ich bin schon wieder drauf Und du auch Du musst jetzt irgendwie Wieder hoch rein Und wie Ach hier Ich lebe wieder Oh sehr schön Hab ich dir gesagt, du hast getan, Digga Jetzt dürfen wir wieder Ähm Attacken ausländen Komm rein hier, komm rein hier Bin dabei Auf dem schnellsten Weg Hab eh gedrückt, berühre gerade Bin jetzt wieder drin Jetzt dürfen wir doch Elektroschein benutzen, ne? Ich weiß es nicht Ich vermute mal, dass sie jetzt gegen Erosion erlegt Ach, ich glaub, die geht jetzt alle Elemente durch Kann das sein? Was? Was war das in der ersten Form? Also vor Elektro? War das irgendwas? Das war doch auch schon Elektro, oder nicht? Echt? Ich wieder down Alter Ich war nicht, ich weiß nicht, die ganze Zeit falsch gemacht Sterben Ja Warum? Oh Curry mit dem Curry Ich bin bei dir Danke Okay Ach, jetzt kostet's schon wieder, oder was? Das sieht aber echt ekelhaft aus, ey Oh shit Oh shit, ey Hallo, ich will da hoch Die ganze Zeit Die ganze Zeit Die ganze Zeit Das heißt, ich vergesse, ich kann es einfach nicht. Ach, heute, um auch hier rum zu kotzen, ist ja so nicht nötig. Guck mal, ey. Wie es anhört, Alter. Mega ekelhaft. Nicht hochgehen. Ich will aber nicht, dass gleich Feuer kommt, weil ich meine Waffe ist eine Feuerwaffe, die so viel Schaden macht. Oh, ich bin tot. Was ein Wunder. Ja, ich glaube immer, wenn die ihre Maske verlieren. Leute, wir können die killen. Aber können wir die ganze Zeit schon. Okay. Danach ist das ja erst mit dem... Ich wechsle mal eben das Element und so. Ja, ja, überküpp dich nochmal. Das ist kein Problem. Lass alles raus. Oh, jawohl. Wieso bin ich hier tot? Warum? Ich hab nix... Nix hab ich gemacht. Ich bin hier nicht faul rum. Ich hätt's auch so geschafft. Aber danke. Ich bin schon wieder tot. Ich bin da schon für 30, wenn das so weitergeht. 16. Komm schon. Komm schon, dabei. Komm, Moni. Jawoll. Das war's, oder? Ja! Dann kommt der nächste, dann kommt der Vater. Shit! Oh, Karst nicht erwachsen. Ich will nicht das dann auf uns kommen. LoL! Loot! Mega Loot! Oh, LoL! Muttschlein, 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 Muttschlein! Gotti, wer ist da? Gehen wir her! Ey, 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 ey! Ja! Nice! Was ist denn das? Oh, nein! Na, hier die Mondsteine! Cool life! Halt Ausschau nach dem unheimlichen Roten! Ich will nicht geschirren! Was? Das ist alles? Das kleine Ding? Was zum Teufel? Jack stirbt. Ja, geht ja nicht. Ja, die können Sinn machen. Was für eine Waffe! Ach, ein Thron! Mein Gott! Jetzt kapier ich! Ich verstehe! Jetzt verstehe ich! Oh nein, das ist der Endgegner von... Oh, da ist zwei gewesen. Das ist der Endgegner von... Hübscher! Schön! Das ist der Endgegner von... Verdammt! Ey, das war Lilith! Wir bringen sie um! Wir bringen sie alle um! Wir bringen dich um! Wir bringen dich um! Oh! Zuerst such mir einen Arzt! Und dann... ...pilgen wir diese dreckigen Banditen vom Antlitz Pandoras! Ich hab den Namen noch nie gesehen an dem... ...wecken wir... ...den Krieger! Den was? Das wird so cool! Wir überziehen den verdammten Planeten mit Feuer! Das gibt ein Geschrei! Banditen hätten sterben! Und so starb der Held, der uns auf der Helios gerettet hatte! Und da habe ich bei Handsome Jack gekippt! Das ist vom Anfang! Ja! Das ist die Story ganz vom Anfang! Tut's dir leid, Jack geholfen zu haben? Er! Und jetzt mach doch Evolt! Tötet sie! Was? Gäbs keine Leute, die sieben und unsere Freunde vielleicht noch am Leben! Fertig? Das sind wir nicht, Lil! Das bist du nicht! Feuer! Was zum Teufel? Das ist nicht die Zeit zu hadern, Kammerjäger! Das ist nicht die Zeit zu hadern, Kammerjäger! Fegt sie herauf! Und ihr braucht jeden Kammerjäger, den ihr bekommt! Loll! Jawohl! Nice! Joa, ne? Ja, geil! Abspann, heißt Ende! Credits! Steve, der Jude! Joel Eschler! Ich wüsste auch nicht, wie lange meine Festplatte noch gehalten hätte! Hä! Joa, nice! Nice, nice! Geht's ja, Tobit! Du hast Pre-Sequel durch! Geht's ja, Carson, hast Pre-Sequel auch durch! Also so halb, Story-mäßig! Wahrscheinlich kommt jetzt auch der wahre Kammerjäger-Modus! Blablabla! Weil die auch nach Questio noch nicht gemacht haben, ne? Stimmt, die können wir auch noch machen! Peter Dunnenberg! Peter Dunnenberg! Jawohl! Cool, cool! Kai King! Ich weiß nicht, wie lange meine Festplatte das noch mitwacht! Ja, ich versage mich jetzt auf, oder? Ist da jetzt nicht... Doch, das muss alles mit drauf! Okay! Bis zum bitteren Ende! Kilda Ains! Boah, wie gern ich hätte, dass mein Name dabei steht! Hahaha! Haha! Captain Birch! Ja, 100 Folgen wären's nicht! Nee! Dürfen jetzt gut 75 sein, oder so? Boah, wie sowas! Ja, schon mal! Aber so! Ich verstehe! Darkseid Game Studios! Auch kaum noch mehr Namen! Haha! Machen wir wieder bei Ains! Kein Problem! mit ihm. Oh, das ist ein paar Teile. Jetzt ist schon was anderes wieder. Ja Turbilt, wir brauchen ein neues Projekt. Borderlands 3. Ja ist das hier ja eigentlich. Ja. Borderlands 4. Ja. Doktor Auto... Ich hab da Autobahn gelesen. Ich hab auch grade 10. Doktor Torres. Shift Sheldon. Tock. Das ist die Stimmen oder was? Dave Eddings, Clap Trap. Dave Eddings Legende. Mordecai, Jason Liebrecht. Wow. Nurse Nina. M. N. Markus, Mark, Matt. Maya. Mike. Monica. Nick. P. P. R. Q. Freeman! Freeman! Stephen Young. Stephen Young. Stephen Young. Oh, das sind die Lieder, wa? Ich glaub schon, ja. Ich glaub die stehen auf Justin Mullins. F. 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 Danke für den Fisch! Ich denke mal, die waren nur dafür da, dass wenn du verrückst, dass du halt wiederbelebt wirst. Ja. Ja. Boah, ist wie in der letzten Minecraft-Folge, ey. In der letzten Folge nur Credits. Ja. Nichts Schreiber! Das ist gut.